Warum ein beginnungsloses Grundeinkommen? Der Mensch muss essen, trinken und wohnen. Es ist längst nicht lange genug Arbeit für alle da. Das wird auch nicht mehr anders. Deutschland ist ein reiches Land, Platz 6 von 2. Land auf der Welt. Reichensteuer, Begrenzung von fantastischen Spitzenden, die weniger mit dem Wohnkreiber, die BER, Stuttgart 21, der Zentral AGT, dann ist auch mehr als genug Geld dafür da.